Hallo, es ist Sonntag, das heißt ein neues Video der Content Offensive. Mit dabei haben wir den Henkmann. Hallo, grüß euch. Dann ist da noch der Niklas, ne? Und dann haben wir den süßen, leider etwas zu adipösen. Okay, alles klar, den Zabex. Wir spielen heute Gartik Phone, das ist nämlich eine Special-Sonder-Episode. Es ist nämlich die vierte Folge der Content Offensive, das heißt Jubiläum. Einen Monat haben wir rum, ne? Geil, einen Monat, weniger Lebenszeit, wir sind fast erlöst. Wir spielen Gartik Phone, ein cooles Spiel. Ja, muss man das erklären? Also es gibt halt so eine Sache, jeder schreibt irgendwas hin und dann muss man dazu was malen. Und dann sagen die Leute, was sie sehen, was da gede... Wir spielen, wir drücken Start, los geht's, klar. Also ich wollte auch so... Komm, Zabex, spiel jetzt bitte einfach das Spiel, genau. Ich hab einen richtigen Banger, hau ich mal wieder raus, Jungs. Oh nein. Okay, das verstehe ich faktisch schon wieder nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Kann ich mit STRG Z zurückgehen? Ne, das geht nicht. Oh, da unten links, unten links ist so ein Zeichen. Also rechts, unten rechts war ich schon. Unten rechts, unten links. Aber meine Zeichnung ist jetzt schon mal sehr, sehr geil. Oh nein. Ich bin fertig. Henke, was mich persönlich mal interessieren würde. Pass dein Mikrofon samt Popschutz in deinen Mund. Soll ich dir zeigen? Ich würde es gerne sehen, ja. Das alles seht ihr in meiner Folge Gartik Phone, Freunde. Also schaltet ein. Schaltet ein. Schaltet ein. Oh nein. Wieso kommt der denn da raus? Was macht der denn da drin? Ich bin so ein geiler Pimp. Faktisch gesehen. Geil. Alter, die Zeichnung ist legendär. Zabiks, der Helm steht hier. Oh, es geht los. Wir lösen auf natürlich. Klar. Alles klar, was haben wir hier? Ah, okay. Zabiks, vielleicht, dass er unheimlich dicklich ist. Zabiks ist ein Ding. Alter, die Plauze guckt raus. Zabiks, der Helm steht hier. Oh. Was hat er denn auf deiner Nase? Oh, Junge. Glas. Oh nein, was fabriziert. Meine Mutter schrieb im Schiff. Hilfe, es brennt. Ich hatte keine Zeit mehr. Hä? Das ist so. Was ist das denn? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Guter Call. Junge. Ich hab einfach zu wenig Zeit. Helm kommt aus dem Solarium. Hä, warum kommst du denn aufs Solarium? Geil, geil. Oh nein, nein. Niklas tust ich. Zabiks macht bei Movember mit. Ja, ja. Das war's. Junge. Was ist der Movember? Ich kakele. Neue Runde, neues Glück. 3, 2, 1 und blass mir den Bären auf. Let's go. Beginn eine Geschichte. Ich hab einen guten Ansatz. Ich verfehle einen guten Ansatz. Das ist immer das. Das ist ein toller Ansatz. Ich möchte mich übrigens hier nochmal ganz offiziell bedanken für die Tasse von Zabiks, die er mir heute zukommen lassen hat. Da f*** ist das für eine komische Zeichnung. Hula-Hub-Reifen, ich puste schwerst. Es hat immer was mit Pupsen zu tun und es nervt mich so. Ich hab leider komplett reingeschissen mit meiner Zeichnung. Ich hab was Gutes gefehlt. Es klingelt. Vorlesen an. Okay, es wird vorgelesen. Let's go. Niklas veranlasst eine bauchnahe Bebewegung. Bebewegung. Versteht er? Zabiks lässt sich einen Bandwurm einsetzen, um abzunehmen. Alter, wie so ein Ork-Troll. Wie so ein Öl-Troll. Digga, es ist immer so, er zählt nur so ein halbes Gesicht. Fußpilz-Diener, logisch. Na logisch, aber auch. Na klar. Da fehlt mir der Beutel, Felix. Okay. Na, aber er macht seinen Fuß nur rein. Den weltbesten Ranzfußdick. Das ist ein Ranzfußdick. Henke beim Onkologen. Da steht Arzt-Symbol unten rechts. Starker Krebs sucht Henke in Schweiz. Grüß ihn muss Henke. Der Krebs, guck mal, der Krebs edelt sich. Das ist actually, scroll mal hoch, das ist actually accurate. Ja. Ey, strong. Niklas hat sich dick gefressen in Köln. Oh nein, ich hab was Schlimmstes. Oh nein. Im Laden greifen nicht, Bubz, du schwerst. Oh Junge. Ey, ihr seid so kacke wirklich allesamt. Oh, da ist klar, was da passiert. Ich weiß faktisch nicht genau, was ich hier mach. Ja. Ich mach grad mein Ding, mein Job. So, dann kommt hier das genausterweise. Und das hier komplett zerstört, genau. In dem Sinne ist das ja auch voll in Ordnung. Es klingt so laut, es klingt so laut. Okay, sind wir heute mal ein bisschen lauter. Dann. Henke ist ein begeisterter Bauchdance mit Wallung und Spaß. Genau. Okay. Interessant. Henke lässt sich die Bitch-Stits machen. Okay. Okay. Das wird super. Henke trifft kräftig aus dem SABB-Ermaulen. Okay. Okay. War selbstverständlich zu schwer. Hä? Hä? Junge Niklas, du bist das Dümmste, wirklich. Zabi fährt wieder in eine Ziegelwand. Ich hatte keine Zeit mehr. Alter, aber auch echt. Wie krass wäre das? Hä? Aber wie kommt ihr denn V-Trieb aus dem SABB-Ermaulen zu Kieselwand? Ich hätte da richtig keine Zeichnung rausgehasselt, Mann. Ich wollte Henke danach im Rollstuhl malen. Weiter geht's. Vicky sucht das One Piece. Zabix ist schwerst krank und fragt, wo es ist. Bin krank wohl. Bin krank wohl. Digga geil. Weiter. Henke hat eine Idee und ist dem Kokain verfallen. Ja. Junge, ich weiß nicht. Zabix ballert eine Leine und ich meine keine Lyrics. Die Nase. Allein. Ruckstaufen. Und? Wir machen noch eine, weil es so schön ist, Alter. Genauso ist es. Okay, ich verstehe das Problem daran. Auf jeden Fall. Henke, ich finde, dein Mikrofon sieht aus wie ein Schwanz. Ich bin gespannt. Es klingelt wieder so doll. Es klingelt im Karton. Na super. Na super. Oh nein. Genau, es klingelt wieder so dicklich. Vieler wird von einem Hamster gebissen, defaktisch. Alter, warum beißt mich Henke? Zabix stopft Nervilmaus das Fressbrett. Erbar. Ja. Digga, Niklas, das ist deine beste Zeitung bisher. Das ist echt eine gute Zeitung. Einfach Ratatouille-Fressbrett eingeboxt. Meine Mutter steht mich rückwärts. Ja. Ja, so ein Rückentitt. Henke gewährt über einen Notgeiserschnitt am Rücken. Alter, es ist ein Hund. Junge, das hat doch nichts mit Gebärten zu tun. Zabix vergisst aufzunehmen. Jetzt, pass auf, jetzt kommt ein guter Gag. Oh nein. Sabi möchte Japan nicht in der EU haben. Oh Mann, ey. Trauerspiel wirklich. Niklas Tindert, ein Kind. Da bin ich persönlich sehr stolz drauf. Also nicht auf das Kind. Okay, kreativ. Kinderschokolade bekommt ein neues Logo. Alter, das ist so verflucht. Stellt euch mal vor, das ist einfach auf einer Kinderschokolade drauf. Und ihr geht ins Regal und kauft euch den Scheiß. Okay, dann würde ich jetzt kurz die Abmode machen. Ja. Tschüss. Tschüss. nie. Nie.